ich wollte heute in dieser sehr abgelegenen position mal etwas darüber reden und euch zeigen warum ich begonnen habe youtube videos zu machen denn das ganze ist bei mir in der kindheit entstand begonnen damit dass ich früher mit dem laptop schon aufnahmen mit dieser webcam gemacht habe und sozusagen nachrichten über die familie gesprochen habe und dann der mama und dem papa immer gezeigt habe und da habe ich gemerkt dass es mir spaß macht vor einer kamera zu stehen ich fühle mich wohl verschiedene blickwinkel auszuprobieren und einfach in eine kamera zu sprechen aber dann begann es eben mit dem erwachsen werden und bis ich meine erste kamera begonnen habe war ich dann schon in der pubertät und es hat begonnen dass man sich unwohl fühlt dinge zu tun und genau das ist das größte problem ich habe mich hier ins letzte eck in irgendeinem park verkrochen weil ich mich nicht getraut habe woanders meine kamera aufzubauen und in diese zu reden und selbst jetzt denke ich mir dass mich alle zwei sekunden irgendwie anschaut und beobachtet und ich glaube hier beginnt so bisschen das problem warum ich begonnen habe youtube videos zu machen ich interessiere mich zu sehr für die meinung von anderen es kann mir vollkommen egal sein ob irgendwer jetzt gerade über mich redet mich anschaut oder mich komisch irgendwas tut weil es geht hierbei um mich und ich möchte hier euch in diesem video erklären warum ich begonnen habe youtube videos zu machen ich habe begonnen mich in meiner pubertät unwohl zu fühlen und viel zu sehr für die meinung anderer zu interessieren und viel zu wenig für mich und mein eigenes leben und da dachte ich mir ich muss raus aus meiner komfortzone und der erste sinnvolle schritt dafür war die kamera zu nehmen und in diese zu sprechen später habe ich dann vor allem damit begonnen fotos zu machen ich habe meine erste kamera mit 14 bekommen und damals war es auch in der klasse so dass sehr viele fotos gemacht haben und ich wollte das unbedingt auch machen und ich habe sehr schnell eine faszination dafür bei mir selbst finden können das problem war jedoch dass ich einfach nicht so gut war wie ich es gerne gewesen war und da hat mich der ehrgeiz gepackt ich wollte besser werden ich habe geübt ich habe meine kamera geupgradet und irgendwann war sie so gut dass sie youtube videos machen konnte und nachdem ich schon erste versuche gestartet hatte mit irgendwelchen kanälen wo ich videospiele und voiceovers für diese videospiele aufgenommen habe und diese art videos veröffentlicht habe das hat mir doch einfach keinen spaß gemacht wollte ich nun einen ernsthaften versuch von youtube videos starten ich habe also damit begonnen videos zu imitieren die mir von anderen youtuber gefallen haben unboxing reviews und gedanken zu teilen ich fand es einfach spannend diesen prozess von der erstellung eines videos mitzugehen und dann habe ich gemerkt dass ich besser werden will ich wusste was ich verbessern will und ich habe mich darüber informiert so hat es begonnen dass ich irgendwann extrem tief in die materie eingetaucht bin ich wollte immer mehr verstehen was ein gutes youtube videos ausmacht ich wollte verstehen warum leute ein video schauen ich wollte verstehen was leute am ball hält und ich wollte vor allem verstehen warum ich so gerne youtube videos schaue das ultimative ziel war es videos zu erstellen die ich selber schauen will und genau da befinden wir uns jetzt und hier ich habe ein besseres gefühl dafür bekommen was ein gutes video ausmachen ich lieb daraufhin los und irgendwann hatte ich keine lust mehr und machte pausen und dann lud ich wieder ein neues video hoch wenn ich lust hatte und das war ganz sicher der richtige anfang um auf dieser plattform anzufangen aber es war nicht der richtige weg um hier langfristig etwas zu machen deswegen musste ich mich entscheiden und ich entschied mich dafür meine freizeit dafür zu verwenden ich wollte besser werden ich investierte in dinge ich investierte meine zeit und ich investierte darin besser zu werden ich wollte bessere fotos machen ich wollte bessere videos machen und ich wollte youtube dafür nutzen um einen aktiven beweis dafür zu sehen dass ich besser wurde und das habe ich auch wenn ich mir meine ersten videos anschauen wenn ich mir meine letzten videos anschaue dann kann ich mit sicherheit sagen ich habe etwas besser gemacht und ich finde es einfach spannend zu sehen was in einem menschen alles drinnen steckt und genau das ist glaube ich die richtung die ich auf diesem kanal gehen möchte und das ist eine sehr weite richtung denn lernen ist ungefähr der größte begriff den man haben kann der ziemlich alles mit einem befasst was es nur geben kann ich möchte project flow auf diesem kanal umsetzen also ich möchte auf diesem kanal die beste version von mir selbst werden sei es bessere fotos und videos zu machen sei es andere dinge zu verbessern sei es eine präsenz auf social media aufzubauen weil es mir einfach spaß macht oder sei es etwas anderes ich möchte einfach versuchen die dinge die mich interessieren besser zu machen die dinge in denen ich schlecht bin besser zu lernen was will ich euch in diesem video sagen ich mache youtube videos gerne und es interessiert mich nicht wie viel aufmerksamkeit diese bekommen das ist nämlich nicht das ziel von meinen youtube videos natürlich hat man das im hinterkopf aber der hauptgrund warum ich youtube videos mache ist um besser zu werden durch das video habe ich eine challenge und auch den willen diese challenge durchzuführen das heißt die videos helfen mir dabei tatsächlich zu tun was ich mir vornehme es ist sozusagen eine kleine unterstützung meinen inneren schweinehund zu überwinden und das ist auch das warum mir persönlich die videos spaß machen und warum ich so breit gefächerte videos mache ich mache es weil dinge ausprobieren möchte ich möchte die welt besser verstehen und ich möchte euch auf dieser reise mit aber man kann sagen projekt floh ist etwas das sich über diesen kanal hindurch ziehen wird und ich möchte daran festhalten denn ich habe es auch schon alle letzten videos der einzige punkt der sich für euch oder für dich als zuseher ändern wird ist dass ich in die beschreibung am ende des videos ich weiß noch nicht genau wie es machen werde einen kleinen vermerk darauf machen möchte was ich in diesem video anders besser gemacht habe was ich gelernt habe beim erstellen dieses videos und warum dieses video für mich besser als das letzte video ist und das sind oft natürlich nur kleine verbesserungen aber in summe wenn ich hundert kleine verbesserungen gemacht habe dann ist das erste video und das hundertste video deutlich besser im vergleich und genau das ist das ziel vorerst mit diesem kanal und ich möchte vor allem in kurzvideo form mehr festhalten was ich denn so gelernt habe und was ich denn teilen kann wenn es um filmen und fotografie und die erstellung von content geht sagt mir gerne eure meinung zu diesem thema habt ihr schon mal einen youtube kanal gemacht und wenn ja wie viele videos habt ihr auf diesem hochgeladen und warum habt ihr aufgehört für alle die dieses video wirklich bis hierher geschaut haben danke